Fragen wir nach bei Elmar Thewissen in Washington. Elmar, was meinen Sie, wie geschwächt geht Joe Biden aus dieser Wahl in Michigan heraus, trotz Wahlsieg? Also auf den ersten Blick klingt das ja sehr überzeugend, über 81 Prozent Stimmen, die er bekommen hat. Aber es sind eben über 100.000 Menschen, 13,3 Prozent, die eben angekreuzt haben, dass sie unentschieden sind. Und wenn die das auch im November bei der Wahl tun, dann könnte es am Ende knapp werden. Vor dem Hintergrund, dass es früher in Michigan am Ende schon mal um ein paar Zehntausend Stimmen gegangen ist, die darüber entschieden haben, wer diesen Staat gewinnt und damit möglicherweise auch die Präsidentschaft gewinnt. Aber man muss es auch wieder ein Stück weit relativieren. Nehmen wir mal die Ergebnisse von 2020, wo Joe Biden Michigan sehr klar gewonnen hat. Wenn all jene, die jetzt quasi angekreuzt haben, unentschieden, also nicht Joe Biden wählen würden im November, dann würde er immer noch sehr deutlich diesen Bundesstaat Michigan vor Donald Trump gewinnen. Da hatten wir ja das gleiche Rennen. Also noch ist kein Anlass zu allerhöchster Sorge. Aber Joe Biden hat einen Warnschuss bekommen. Er weiß, dass er unbedingt in Sachen Israel- und Gaza-Politik ein Stück weit umsteuern muss. Weil die Verärgerung im Land, die Verärgerung der Muslime wirklich so groß ist? Ja, und es sind eben nicht nur die Muslime. Also die Muslime und arabischen Amerikaner nehmen prozentual gar nicht so viel ein in der gesamten Wahlbevölkerung der USA. Aber es sind vor allen Dingen auch junge Leute oder besonders vom liberalen linken Flügel innerhalb der demokratischen Partei, quer durch Altersgruppen hindurch, die das sehr, sehr kritisch sehen, was die US-Politik in Sachen Israel und Gaza jetzt eben angeht. Nun hat Biden reagiert, zumindest schriftlich hat er gesagt, dass er auf jeden Fall vor November in seiner Israel-Politik entsprechend liefern wird, die Besorgen der Menschen berücksichtigen wird. Ob er das tut, wie er das tut, das ist völlig offen. Und am Ende müsste er es aber tun, um zu verhindern, dass es in einem Bundesstaat wie Michigan vielleicht auch in anderen Bundesstaaten so knapp wird. Donald Trump gewinnt bei den Vorwahlen nach South Carolina, was eher so Nikki Haley verortet war, nur noch den Swing State Michigan und fühlt sich bereits als Sieger. Zu Recht? Ja, ich glaube nicht. Auch hier liegt die Wahrheit im Kleingedruckten. Wenn man genau hinschaut, hat Nikki Haley ein sehr beachtliches Ergebnis eingefahren, 26, 27 Prozent in Michigan. Und wenn das nachher bei der Wahl im November einfach Stimmen wären, die Donald Trump nicht wählen wollen, also Wähler aus dem moderaten Flügel der republikanischen Partei, möglicherweise auch Unabhängige, die Donald Trump nicht wählen würden. Und wir haben ja aus einigen anderen Bundesstaaten jetzt ähnliche Ergebnisse gesehen, auch in South Carolina. Also wenn die nicht für Donald Trump zur Wahl gehen, dann könnte am Ende eher ziemlich deutlich doch der Verlierer gegenüber Joe Biden sein. Also nächste Woche Dienstag, wenn wir Super Tuesday haben in den USA, kommen noch einmal zahlreiche Bundesstaaten dazu. Und dann kriegt man einen Eindruck dafür, wie hoch ist der Prozentsatz der Republikaner und der Unabhängigen, die Probleme hätten, Donald Trump tatsächlich zum Präsidenten zu wählen. Also Nikki Haley gibt noch nicht auf. Am kommenden Dienstag in 15 Staaten wird gewählt. Und einmal Sie sagen, es wird dann doch kein Boring Tuesday, wie viele befürchten, vielleicht doch ein Super Tuesday? Ich glaube, es wird ein Super Tuesday werden, weil man wirklich daran erkennen kann, übrigens auch bei Joe Biden, wie groß ist das Potenzial derer, die möglicherweise nicht Biden und nicht Trump wollen. Und da spielt eine große Rolle, dass im April hier eine Bewegung in den USA, die sich No Labels nennt, möglicherweise alternative Kandidaten aufstellen will, einen Republikaner, einen Demokraten, vielleicht auch Frauen, junge Leute. Und das könnte dann am Ende für beide Kandidaten ein Problem bedeuten, wenn eine bestimmte Zu-Prozent-Zahl auf beiden Seiten am Ende bereit wäre, jemand ganz anderes als Sie zu wählen im November. Was glauben Sie, wann wird das Rennen entschieden sein, wer gegen Joe Biden antreten wird und in welcher Stimmungslage dann ins Wahljahr gegangen wird? Also ich glaube, das Rennen ist im Grundsatz entschieden, dass es Biden gegen Trump sein wird. Ob noch ein dritter Kandidat da eine Rolle spielt, das werden wir sehen. Aber wir müssen uns auf einen sehr schmutzigen Wahlkampf gefasst machen, bei dem beide Seiten, nämlich Biden und Trump, sehr klar das Schreckgespenst des jeweils anderen an die Wand malen, Angst erzeugen wollen, wenn Biden gewählt würde oder wenn Trump gewählt würde. Und das wird sehr schmutzig werden und am Ende könnte es eben im November zu einer sehr knappen Wahl hier in den USA kommen. Eine aktuelle Einordnung aus Washington von L.M.T. Wir sind vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.